Pierre, sag mal, was treibt dich in die NDR-Kantine? Ich meine, wie verzweifelt kann man sein? Also es ist nicht der Hunger, sondern es ist tatsächlich die Vorfreude, euch zu treffen. Oh, schade, ich wollte dir nämlich sehr köstliche Kekse noch anbieten. Was sind das denn für Kekse? Ja, probier mal. Ich würde die nicht essen. Wieso? Nicht essen, weil die nicht echt sind. Das sind doch echte Kekse, das sind Reiskekse, die sind kalorienarm. Genau, probier mal ruhig, versuch was. Okay, ich habe nicht gewarnt, iss ruhig. Ist du auch? Ich habe nicht gesehen, dass ihr einen Keks gegessen habt. Nee, das geht auch nicht, wir haben keine Zähne, guck mal. Ah, stimmt. Ja, das ist aber, dann seid ihr ja quasi nah an der ARD-Zielgruppe dran. Das habe ich nicht verstanden, du?